Jeden gegen jeder Heute mit diesen 12 Kaka Holz Holz Journalist aus Bochum Klaus Stoßwasser Student aus Kö Harald Freiberg Bankkaufmann aus Hildesheim Bernd Diekopf Student aus Gött 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 Johann Fockinger Küchenmeister aus Überlingen Edith Hatt Rentnerin aus Stuttgart Frau Nassau Student aus Berlin 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 Scheiß Berlin Katja Uffel Uffelmann Student Studentin aus Wetter Liffri Oberrath Personalberater aus Bars Bars Witt Witt Alexandra Schild Studentin aus Düsse Schuamm Reinhard Pilgrim Reiseverkehrskaufmann aus Bad Salz Uffeln Jeder gegen All die Mühlen Jeder gegen jeden Die Spatzkisschau Mit Hans Hermann Gockel Rüfer Gockel Einen wunderschönen guten Tag Auf in eine neue Woche Mit Je Gegen Jeder Gegen Jeden Richard Mit Ihnen geht es los So Die erste Frage geht an Sie Es war einmal ein Hit Wer versprach Leichtfertig Ich mache ein glückliches Mädchen Aus dir Eine Bolette Eine Grill Klaus In welchem Ozean Liegt die Insel Sazana Pall 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 Tick Tick Harald Stolzer Mitbesitzer Einer Mühle Lühle Kann man ruhig einmal erwähnen Viel Arbeit aber Ja das kann man sagen Die Mühle Lühle muss unterhalten werden Sie ist kürzlich restauriert worden Und das kann man natürlich nur im Team erreichen Und seine Freizeit damit wirklich verbringen Das denke ich auch Ihre Frage Woraus wird Sauerkraut gemacht? Aus Weißkürze Richtig Bernd Von welchem Start war Georg der 66